Hallo und herzlich willkommen zu meiner ersten Videofilmkritik zu der Zoo-Wärter, verkörpert von Kevin James. Wer ihn kennt, weiß, dass er für seine Komödien beliebt ist, jedoch hat dieser Film bisher in den Kritiken recht scharf abgeschnitten. Ob ich das genauso sehe, werde ich euch nach einem kleinen Ausschnitt des Trailers erzählen. Die Tiere wollen ihm helfen, seine Freundin zurückzugewinnen. Doch was Griffin dann widerfährt, damit hätte er nie gerechnet. Griffin, wir müssen reden. Die Dialoge unter den Tieren strotzen nur so von lustigen Gags, welche unter anderem durch diesen Grundsprecher Mario Barth sehr überzeugend rüberkommen. Zwar wirken diese manchmal etwas überstrapaziert und einiges ist auch etwas überspitzt, und dennoch fühlt man sich in die Gedankenwelt der Tiere hineinversetzt. Wie lange könnt ihr denn schon sprechen? So, mal überlegen, heute ist Dienstag, war Watter? Ja, eigentlich schon immer. Er ist der beste Zoo-Wärter, den wir je hatten. Mach genau, was wir sagen und aus dir wird ein Alpha-Männchen. Ihr meint, ich soll mich mit ihr verabreden? Okay, nichts überstürzen, Playboy. Du musst deinen inneren Bären entdecken. Die Charakterentwicklung von Kevin James ist sehr glaubhaft. Überhaupt hat der Film einige interessante Wendungen. Die Nebendarsteller spielen allesamt sehr überzeugend. Nebenbei ist der Film nicht nur als locker Unterhaltung anzusehen. Nein, er hat auch einen tiefen Hintergrund. Denn die Aussagen, die in dem Film stecken, mit denen werden wir tagtäglich konfrontiert. All das wird natürlich durch witzige Momente aufgelockert. Der beste Weg, ein Weibchen zu beeindrucken, ist, wenn das Männchen mit einem anderen Weibchen auftaucht. Wusstest du, dass das Adlerweibchen sich am meisten von dem Männchen angezogen fühlt, das am höchsten fliegt? Jedenfalls hat mir der Film sehr gut gefallen. Und ich kann euch nur raten, dass ihr euch selbst eine Meinung bildet. Mir hat damals schon der Kauf aus Kopf super gefallen. Dieser Film hat aber nochmal einen Schippe draufgelegt. Ich werde ihn mir auch nochmal als zweites Mal anschauen in meiner Heimatstadt. Auch wenn es mir in Prero im Kino sehr gut gefallen hat. Denn die Beinfreiheit ist wirklich unerreicht. Ich hoffe, die Videokritik hat euch gefallen. Ich gebe 9 von 10 Punkten für der Zoo-Wärter. Bis zum nächsten Mal. Ja, leck mich, Hammer.